So, ich hab euch ja versprochen, es gibt jetzt auch ein bisschen Jedi Academy hin und wieder mal auf diesem Kanal. Ich hab euch nicht vergessen, Leute. Sprechen werden eingehalten. Und ich hab mir mal was überlegt, und zwar hab ich hier... Oh Gott, lass mich nicht lügen. Duff Malek bin ich, das müsste Duff... Mal... Malvis sein? Dann haben wir hier noch... Count Dooku. Oder Duff Tyrannus. Duff Sidious. Ist das Revan? Duff Vader. Duff Mal. Und das ist durch Duff Revan. Dann ist das... Ich weiß es nicht, I don't know. Hier ist nochmal... Duff Malek als Jedi-Mentor, alles gleich, wenn ich ihn gleich vernichten. Ja, ich hab mir mal überlegt, hier komm, nimmst du dir mal ein paar Duff's. Das sieht aus, ey. Das ist irre witzig eigentlich, wenn du überlegst. Ich wollte noch Duff Plagueis mit ins Boot holen. Und darf nie los, aber irgendwie krieg ich die nicht. Auf der anderen Seite haben wir dann ein paar Jedi, Yoda, Luke und Mace Windu. Ist ganz witzig eigentlich, so die Idee dahinter, aber ob das in der Umsetzung so glatt laufen wird, das weiß ich nicht. Ich geh jetzt mal, pass mal auf, ich mach jetzt mal Noclip. Jetzt kann ich fliegen, jetzt kann ich mir das mal von oben angucken. So, bisschen buggy, aber wir gucken uns das einfach mal an, wie das jetzt abgehen wird, wer gewinnen wird. Ansonsten muss ich das gleich nochmal abändern, besser. Los geht's, okay. Oh Junge, die bekriegen sich gegenseitig. Und Duff Malek kriegt einen aufs Maul. Oh, jetzt kommen sie alle dazu, jetzt kommen die ganzen Jedis dazu. Oh Junge, das sieht aus. Alter. Duff Malek ist schon mal tot. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wer lebt denn eigentlich noch? Also bestimmt auch Perspektive wechseln, ne? Nö. Alter. Okay. Ein Jedi lebt noch? Ne, ne, lebt sogar noch mehr. Noch ein Jedi. Da Sidious. Mit Darth Vader hat's überlebt. Leute, jetzt zieg ich hier erstmal in der Luft rum. Alter Vater. Hä? Äh. Äh, lol. Äh, hä, hä. Was ist hier los? Yoda lebt noch. Noch mit dem Jedi. Ja, ich bin ja mal echt gespannt, wer jetzt hier die Sache gewinnen wird. Wenn jetzt nicht alle unbedingt auf mich gehen würden, wäre das schon echt nice. Wartet mal. So ein Clip. So ein Clip. Ihr bekriegt euch gegenseitig. Oh, hier. Davrevan. Gegen Yoda. Und Yoda hat ihn natürlich richtig gefetzt. Wer lebt hier noch? Davcidious lebt noch in der Ecke. Oh, Leute. Ich komme mit den ganzen Namen durcheinander ohne Spaß. Davcidious lebt auch noch? Wer kommt? Grabt euch doch mal an. Yoda ist der einzige große Jedi. Der Jedi-Meister, der in der Ecke noch lebt. Okay, die gucken sich gegenseitig an. Na? Wird das heute noch was? Eher mit nem Jedi. Okay. Keiner traut sich, den ersten Schritt zu wagen. Guck mal, vielleicht kämpfe ich den nächsten Mal mit, aber ich bin halt nicht wirklich gut in dieser Mod. Ja? Haha, es sieht aus. Na tut sich nichts, Männer, oder? Hm. Wollen wir mal resetten? Oder geht's jetzt los? Okay, Yoda holt sein Lichtschirte raus. Hm. Ich glaube, das wird heute nichts mehr. Ne, ich passe mal auf, ich, äh... Ich lade das jetzt nochmal. Darkseid. Ähm. So, Clip. Jetzt guck ich mir das nochmal an. Alter. Boah, hier, guck mal. Oh, der wird voll geschlagen. Das ist ein Durcheidander hier. Oh, Mais Windu. Wird von Darth Vader voll verklocht. Und der andere hat sich, der darf Maulbagger im Schwitzkasten. Von Mais Windu. Alter, was ist das für eine creepy Folge. Und Spaß, das ist, der läuft ja alles aus dem Ruder. Ich mache jetzt mal einen No-Clip weg hier. Und kämpfe einfach mal ein bisschen mit hier. Weil wir wollen nicht auf der... Ich will auf der Darkseid sein. Darf ich doch jetzt auch mal campen, oder? Boah, scheiße. Junge. Lebt noch jemand? Wer hat hier sein Lichtschwert verloren? Jetzt, wo ich gerade loslegen wollte, sind alle tot, oder was? Ist kein einziger mehr über. Das ging ganz schön fix. Naja, gut. Ich lade nochmal. Und spiele dann direkt mit. So, der Leid. Jetzt geht's los, Leute. Ich will nochmal die Darkseid auswählen. Das ist echt behämmert, dass die... Das darf Malek irgendwie als guter eingestellt worden ist. Oh je. Eine Menge Jedi. Oh nice. Okay, die Jedi sind echt schlecht. Oder nicht. Oder nicht. Oh Gott. Oh Gott. Alter, wie cool. Macht richtig Bock. Weil die Jedis können einfach nichts. Nein, Yoda. Oh Gott. Scheiße. Oh. Ich verrecke hier gleich. Junge. Hier ist ein Jedi. Hier knüpfe ich mir vor. Yoda lebt noch. Oh. Fuck. Okay, der ist Jedi Meister. Alter, was ist denn das für ein Lichtschwettstil? Oh, die Mod ist echt cool. Oh, scheiße. Hilfe, 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 Hilfe. Oh, oh, oh. Oh. Verdammte. Leute, ich bin gestorben. Noch einmal. Er macht gerade so Bock, Leute. Ist echt cool. Oh Gott. Die ganzen Jedi kommen. Die Jedi kommen. Ach du Scheiße. Ich bin jetzt mal so ein paar Jedi vor. Hey, Leute. Ich bin ja auf der dunklen Seite. Oh, scheiße. Welches würden du? Oh, 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 oh. Es macht schon Spaß. Ist schon cool. Ist schon echt nice. Oh. Meine Güte. Darf Malik? Bist ein Verräter bist du, weißt du das? Oh, Junge. Boah, scheiße. Hilfe. Nein. Ich mich hier abstechen. Helft mir doch mal, Leute. Ja, und auch noch Yoda, Alter. Oh, was passiert hier? Oh, Luke wurde gerade geschmissen. Alter. Oh, das sieht aus. Oh, Junge. Hier ist was los, Leute. I love me, Sven-Luke. Brauche ich dir mal Hilfe gegen Luke? Oh, gucke mal. Ja, nice. Geile Sache. Er ist auch gegen uns. Ach, nee, warte mal. Ich habe den falschen geschlagen, glaube ich. Ja. Nee, doch nicht. Oder doch? Los, bring Luke um. In meine Arme. Nice. Haha, geil. Geilo. So, jetzt ist nur noch Yoda über. Dich mache ich auch noch kalt. Na, Yoda, weißt du dich nicht? Du bist so klein. Ich muss mich bei dir bücken. Mach gar nichts. Oh, 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 oh. Ach du Scheiße. Jetzt wird er, glaube ich, wütend. Hilf mir nochmal gegen Yoda. Hilfe. Ich kann euch auch sagen, warum ich so schlecht in den anderen Videos war, weil die Charaktere, die ich gespielt habe, die hatten einfach nicht diesen Statuswert, die ich gerne haben hätte wollen. Boah, Yoda ist ja echt voll die Granate. Aber ich habe ihn. Jo, Leute. Alles klar. Das war es erst mal. Hat mega Spaß gemacht. War einfach richtig abgefahren. Ja. Wie fandet ihr die Idee? Nächstes Mal mal gucken. Vielleicht mache ich dann Village noch Zelda oder so. Mal gucken.